Ich habe den alten Gold 10 Schafe abgeschwacht. Ne, ich weiß jetzt nicht, was du dir vorsprichst. Und das ist gesagt, wir haben höchstens normale Schafe ergeben. Mein Vater wollte immer Schafe und ich verfahren haben. Ja, ich habe hier mal die Haare aus. Ich habe hier 7 Jahre aus dem Tackel und habe hier eine Katze. Die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl. Und dann fangen wir zuerst nach. Da war so ein Lager. Bei der Rase, die Sonnenstrahl, die Sonnenstrahl. Die Sonnenstrahl. Die Sonnenstrahl. Das ist ein Scheiße. Die Sonnenstrahl. Das war's für heute. Vielen Dank.